Guten Morgen meine Damen und Herren, wir machen heute weiter mit Nomenklatur und wir werden mit der Nomenklatur so weit kommen, dass Sie sehen, dass mit ein paar zusätzlichen einfachen Regeln auch hochkomplexe Gebilde systematisch benannt werden können. Zunächst einmal hier ein solcher Beispiel. Diese Struktur enthält nun auch Olefinfunktionen, also Alkene, CC-Doppelbindung, aber auch eine Alkinfunktion, eine CC-Dreifachbindung. Diese fließen dann in die Namensgebung in der Regel ein, als Suffixe werden also hinten angestellt. Ein Olefin wird gekennzeichnet durch das Suffix "-en". Das bedeutet, wir haben eine Olefinfunktion und das Suffix "-in", ist ein Alkin. Eine CC-Dreifachbindung. Unterscheidet sich nicht sehr in der angelsächsischen Literatur. Die englische Namensgebung ist dann in diesem Fall dieses hier "-in", ausgesprochen. Und im Falle eines Alkins haben wir das. Das wird dann nicht "-in", ausgesprochen, sondern "-in". Ja, und als erstes müssen wir, um den Namen hier für diese Verbindung zu, für diese Struktur zu entwickeln, wieder die Hauptkette finden. Wir sind es bisher gewöhnt für Kohlenwasserstoffe, dass die Hauptkette die längste Kette ist. Sobald wir allerdings Alkene, Alkene da drin haben, ist die längste Kette nicht mehr das einzige Kriterium, auch nicht das Hauptkriterium, sondern in diesem Fall suchen wir die Kette, die die höchste Summe an Alkin- und Alkenfunktionen enthält. Die gibt dann den Stammnamen. Wir werden später noch sehen, wenn eine Säurefunktion beispielsweise drin ist, hat die noch höhere Priorität und bestimmt dann die Hauptkette. Okay, also wie gesagt, entscheidend ist hierbei die Kette mit der höchsten Summe an Alkenfunktionen. Man kann dieses Kriterium auch so ausdrücken, Hauptkette wird gesucht, Summe aus N Alkene plus N Alkene. Das wird gesucht. Und das ist dann nicht diese Linie hier, sondern entweder dieses oder das hier. Jetzt haben wir hier auch wiederum Schwierigkeit zu entscheiden, welches ist es denn nun? Diese Kette oder die zum Alkin hin? Und das entscheidet gleich ein Unterkriterium. Also, wenn wir zwei Ketten unter Kriterium der Kriterii, erstens zwei Ketten mit gleicher Anzahl an Alkinen und Alkenen, dann entscheidet zunächst, gibt es also hier eine Kette, die maximale Anzahl an Kohlenstoffen hat. Naja, also diese Kette hier hat die gleiche Anzahl an Kohlenstoffen wie diese hier. Zweites Unterkriterium ist dann maximale Anzahl an Alkenfunktionen. Alkenen wird hierbei die Priorität eingeräumt. Und das ist dann die Entscheidung, dass diese Kette hier Priorität hat gegenüber jener. Damit wird diese Alkenfunktion zum Substituenten an der Hauptkette. Was wir jetzt hierbei nicht benötigen, aber das ist ein weiteres Unterkriterium, die meisten Substituenten oder die meisten Seitenketten. Das ist korrekt. Also, wenn man bis zu dem Unterkriterium nicht hat die Entscheidung fällen können, dann muss man noch einen Schritt weiter gehen bis hierhin. Kommt so gut wie nie vor. Man muss ja schon lange überlegen, um überhaupt also hier zwei Strukturen zu finden, wo man dann tatsächlich hier noch dieses Unterkriterium braucht. Jedenfalls mit Unterkriterium 2 ist klar, dieses hier ist die Hauptkette. Jetzt müssen wir anfangen zu zählen. Jetzt kommt die Regel, bei der Nummerierung hier zählt die Möglichkeit, die kleinste Quersumme zu bilden von den Olefin- und Alkinfunktionen in der Hauptkette. Also, würden wir von hier zählen, wäre das hier die Position 1, das ist 2, das ist 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben hier Olefin-Funktionen, also En-Funktionen an der 1-Position, an der 3- und an der 6-Position. 1 plus 3 plus 6 ist die Quersumme, wäre 10. Würden wir hier anfangen zu zählen, dann haben wir hier die 1-Position, 2, 3, 4, die 4, 5, 6. 1 plus 4 plus 6 ist 11, höhere Quersumme. Entscheidung ist gefallen, dies ist die korrekte Nummerierung dieser Kette. Ja, und da haben wir dann noch die Substituenten dran. So, jetzt der Name. 7er Einheit, also müssen wir irgendetwas machen mit Heptar. Heptar kann schon nicht verkehrt sein. Und es ist ein Heptatrien, weil 3 Olefin-Einheiten. Jetzt muss die Nummerierung für die Positionen der Olefin-Funktion noch da rein. Und es sind halt die Position 1, hier beginnt ein Olefin, Position 3 und Position 6, also 1, 3, 6, 1, 3, 6 hier eingefügt. Ein Heptar, 1, 3, 6, Trien. Jetzt haben wir noch zwei Substituenten. Einmal eine Fünferkette, Pentyl. Und hier eine Zweierkette, kommt an sich abgeleitet von Ethan, Ethyl. Allerdings haben wir hier eine Dreifachbindung. Da muss dann diese Silbe, Ethin, noch rein. Also es ist eine Ethinylgruppe. So, also Ethinyl. Pentyl haben wir hier auch noch. Ja, und jetzt müssen wir noch die Position einfügen. In der 5-Position haben wir die Ethinylgruppe. Und Ethinyl kommt vor Pentyl, weil es im Alphabet vorne liegt. Hier eine 5. Da muss eine 3 hin. 5 Ethinyl, 3 Pentyl, Heptar, 1, 3, 6, Trien. Man kann auch mal die 1, 3, 6 nach vorne schreiben. 1, 3, 6, Heptar, Trien. Wäre auch okay. Sagt auch niemand was dagegen. Ist das Ganze jetzt eindeutig? Nachfrage? Und zwar, was wäre jetzt, wenn an dem 6. C die Dreifachbindung wäre? Weil dann kann ich ja im Prinzip die Handlungskriterien für die meisten Seitenketten auch nicht entscheiden. Weil die haben ja beide Seitenkette. Ah, kommt gleich. Im Zweifelsfall entscheidet das Alken. Kommt gleich im nächsten Beispiel. Okay, die Frage ist jetzt noch, ist jetzt diese Struktur schon eindeutig benannt? Noch nicht so ganz, weil wir haben schließlich auch noch Stereoinformationen hier drin. Hier haben wir ein Chiralitätszentrum, haben jetzt aber nicht definiert, ob die Ethinylgruppe nun aus der Tafel eben herausragt oder da reinkommt. Wird jetzt also hier an der Stelle nicht berücksichtigt. Aber hier macht es schon einen Unterschied, ob die Pentylgruppe nach oben steht oder nach unten. Also die Position mit dem endständigen Olefin halt wechselt. Das ist also ein Cis-Trans-Problem. Hier muss man Cis oder Trans zuordnen. In diesen Namen wird das abgekürzt mit E, steht für entgegen. Oder Z vorangestellt, das steht für zusammen. Jetzt hat diese Seiten, diese Kette hier, hat natürlich eine höhere Priorität als der Wasserstoff, der nach hier steht. Ja, so, aber was hat hiervon die höhere Priorität? Lassen Sie sich hier gesagt sein, das, wo die Doppelbindung ist, hat hier die höhere Priorität. Da gelten die gleichen Regeln wie bei der Zuordnung von der absoluten Konfiguration von Stereogenen Zentren. Das sind die Regeln nach Kahn-Ingold-Prelok, kriegen wir später, wie man so schön sagt. Okay, das hat die höhere Priorität gegenüber dem. Dieses ist auf der entgegengesetzten Seite des Olefins wie das. Also entgegen ist ein E. Müssen wir also hier ein E davor setzen, manchmal ist das Ganze in Klammern gesetzt und das wäre dann der Name. Also E5-Ethinyl-3-Pentyl-Hepta-136-Tri-E. Das E bedeutet, an diesem Olefin, ich verdeutliche es mal hier, dieses ist das 2-Bouten. Jetzt hier But-2-Een, das klingt ein bisschen komisch, also sagt man hier 2-Bouten. Aber es ist ja noch nicht eindeutig charakterisiert, weil die beiden Methylgruppen sind auf entgegengesetzten Seiten. Wir müssen ja dieses hier unterscheiden können von jenem. Dann macht man so hier das E davor, das ist das E2-Bouten und dieses wäre die entsprechende Z-Verbindung. Wenn wir jetzt drei Substituenten dran haben, dann müssen wir eine Entscheidung fällen. Da gibt es ja dann auch noch Cis-Trans-Möglichkeit, beispielsweise dieses hier mit einem Chlorsubstituenten dran. Ist das nun Cis- oder Trans? Ja, da müssen wir dann hier irgendwo eine Priorität zuordnen der Methylgruppe, beziehungsweise dem Chlor. Was hat die höhere Priorität? In dem Fall, wie wir sehen werden, nach den Regeln von Kahn-Ingold-Prelok, wo man zunächst nach der Ordnungszahl des direkt daran gebundenen Atoms ausgeht. Chlor hat eine höhere Ordnungszahl als ein Kohlenstoff. Damit hat der Chlorsubstituent eine höhere Priorität als der Methylsubstituent. Der Chlorsubstituent steht auf der gleichen Seite wie die Methylgruppe. Also ist das hier die Z-Verbindung, das Z-Stereoisomere. Z für zusammen. Noch den vollständigen Namen davon. Das ist also Z2-Chlor-2-Butten. Und hier kommen wir nun zu dem Beispiel, was die Frage beantworten soll von Ihrem Kommilitonen. Was ist denn nun, wenn man von beiden Seiten, ob hier rum, Position 1, 2 oder da, 1, 2, kommt man auf die gleichen Zahlen, auf die gleiche Quersumme. Im Zweifel entscheidet die Position des Alkens. Man fängt also von da an zu zählen. Bitte als eine kleine Übungsaufgabe entwickeln Sie hier für diese Verbindung den Namen. Und dann gleich für diese Struktur noch mit. Entwickeln wir mal hier den Namen. Und noch eine Zusatzbemerkung. Diese Quersummenregel gilt hier bei Alkenen und Alkinen. Nicht bei den sonstigen, ganz normalen Alkanen ohne funktionelle Gruppen, aber mit vielen Substituenten. Da macht man davon nicht Gebrauch. Da gelten nur die Regeln, die wir bisher bereits gesprochen haben. Also wie gesagt, wenn man von hier anfängt, hätte das Alkin die zwei Positionen von dort, das En die zwei Positionen im Zweifel, und hier ist dann so, muss eine Entscheidung gefällt werden, entscheidet also hier die niedrigste Nummer für das Alkenen. Also müssen wir von hier anfangen zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Damit wissen wir, Okta, zwei En, sechs En, sollte hierfür der Name sein. Jetzt haben wir noch, stimmt das? Ja, Okta, zwei En, sechs En. Jetzt müssen wir noch die beiden Substituenten unterbringen. Methyl Substituent und Ethyl Substituent. Ethyl ist im Alphabet vorne, also kommt hier Ethyl hin. Methyl ist in der vier Position, Ethyl ist in der fünf Position. Da ist noch ein Trans-Olefin, also setzen wir noch ein E davor. Ok. Bei dieser Struktur habe ich hier Kohlenstoffe eingezeichnet. Und das macht man so, weil es ansonsten womöglich Missverständnis gibt. Ja, man kann ja sonst nicht sehen, dass hier erste Doppelbindung ist und noch eine Doppelbindung. Alternative zu dem Buchstaben Kohlenstoff ist da irgendwie ein Punkt reinzuzeichnen. Aber da bevorzuge ich doch, einfach mal den Kohlenstoff da hinzusetzen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vom Hexan abgeleitet, vier Olefin-Funktionen, also ein Tetraen, ein Hexa-Tetraen. Tja, und jetzt noch die Zahlen eingefügt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. An der Eins-Position beginnt ein Olefin, an der Zwei-Position, an der Vier- und an der Fünf-Position. Also Hexa-Tetra, eins, zwei, vier, fünf, E. Das wäre der Name. Sie haben recht. Ja, das kann man machen. Hexa, eins, zwei, vier, fünf. Tetraen. Und da kommt die Frage Hex. Jein. So ein Stück weit ist es dann, verlassen Sie sich dann ein bisschen auf das Bauchgefühl, auf das Sprachgefühl, was klingt, einigermaßen flüssig. Hex-Tetraen, nee, Hexa-Tetraen, so vom Sprachfluss her. So haben die es tatsächlich gemacht. Sie hatten mal aufgeschrieben, dass wenn man zwei identische Einheiten miteinander verbindet, dass man dann die Vorseite gibt. Ja, hier kam der Einwand. Das sind jetzt hier zwei identische Einheiten. Ja, können also im Prinzip hier durchschneiden und dann könnten wir das nennen ein Bi-Aleen oder sowas. Ja, macht man nicht. Also wenn es nicht sein muss, vermeidet man das. Also es macht die Sache nicht einfacher. Dieses hier ist eine Alleen-Funktion. Noch zwei Übungsaufgaben gleich hinterher. Das erste einfach nur Kohlenwasserstoff. Nächste Beispiel ganz ähnlich. Aber noch zwei Olefin-Funktionen reingepackt und ein Alkohol. In dem Fall wird der Alkohol in den Namen eingebracht, auch als Suffix und zwar "-ol". Ganz hinten "-ol", dranhängen und eine Nummer. Längste Kette hier. Hier haben wir zwei Ethylgruppen dran. Ist also egal, von welchen wir hier anfangen, können von dem hier zum Beispiel. Von da geht es dann durch, längste Kette ist hier. Nummerierung müssen wir nun da oder dort anfangen. Wir haben hier zwei Ethyl-Substituenten an dieser Kette dran, also die Ethyl. Wenn wir von hier anfangen, bekommen wir als kleinste Nummer die vier. Eins, zwei, drei, vier. Fangen wir von hier an, die kleinste Nummer die zwei. Also fangen wir von hier an. Dann ist das die Eins-Position. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf heißt ein Do-Dekan. Jetzt haben wir an diesem Do-Dekan in der Position drei und in der neuen Position jeweils einen Ethyl-Substituenten, also die Ethyl, drei, fünf, drei, neun, ja, danke, drei, neun, die Ethyl. Und dann hängt da noch ein Substituent an der Sechs-Position. Das ist ein Terzbutyl-Substituent, allerdings Terzbutyl in der älteren Literatur, in der neueren Literatur systematischer Name, ist das ein 1,1-Dimethyl-Ethyl-Substituent, verzweigter Substituent. Für diese Struktur hier erwarten wir einen recht ähnlichen Namen. Nur müssen wir noch einfügen, zunächst einmal, dass es sich um ein Dien handelt. Und wir haben diese Hydroxy-Funktion, wo ich gerade sage, an so einem Namen wird das dann mit dem Suffix ol angefügt. Also es handelt sich hierbei um ein Dienol. Hinten steht also Do, Dk, Dien, Null. Ja, auch hier so vom Sprachfluss. Das Do, D, K, das A bleibt erhalten. Do, Dec, Dien, klingt ein bisschen komisch. Do, D, K, Dien, Null. An welchen Positionen haben wir? Hier ist die Drei-Position und an der Sieben-Position. Also 3,7 hier eingefügt. Do, D, K, D, K, D, Dien, Null ist... Tja, jetzt muss ich hier natürlich ändern. Hier würde ich anfangen zu zählen. Das ist 1, das ist 2, das ist 3. Dann ist das eben der Ethyl-Substituent, der daran baumelt. An der Zwei-Position ist Ol. Der Rest dürfte dazwischen gleich bleiben. Allerdings müssten wir hier dann noch hinzufügen, dass wir bei beiden Olefinen die E-Konfiguration haben. E, E. Dann das dazwischen und dieses hier zum Schluss. Vielen Dank. Es gibt funktionelle Gruppen, die eine hohe Priorität genießen. Dazu gehört zum Beispiel, die Säurefunktion hat eine sehr hohe Priorität. Und häufig bestimmen die dann die Stammkette. In einem solchen Fall ist dann dieses hier. Diese vier Kohlenstoffatome sind die Stammkette. Eine Butansäure, Butankarbonsäure, abgekürzt Butansäure. Und die Zählweise beginnt dann immer hier am Kohlenstoff, das ist die Position 1, am Karbonylkohlenstoff, 2, 3, 4. Das heißt, in vier Positionen haben wir einen Substituenten sitzen. Ein verzweigter Substituent. Deswegen packen wir dann den Namen dieses Substituenten in Klammern. Und dieser verzweigte Substituent, da ist eine, 1, 2, 3, 4, 5, eine Pentylgruppe, ein Pentyl-Substituent an einer Phenylgruppe. Also ist das Pentyl-Fenyl. Die Phenylgruppe ist mit ihrer 1-Position hier dran, nennen wir es mal eine Strichposition, da dran gebunden. Dann wäre das hier, 2 Strich, hier in dem Namen wird das einfach als eine 2 eingefügt. Also ein 2-Pentyl-Phenyl-Substituent sitzt an der Buttersäure, an der Butansäure und zwar in der 4-Position. Also 4, Klammer auf, 2-Pentyl-Phenyl-Klammer zu, Butansäure wäre hier der Name. Wir machen an dieser Stelle 10 Minuten Pause bis 5 nach, dann kommt die Nomenklatur zyklischer Systeme dran.